Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 20. Januar. Heute haben wir dabei Opera, Huawei, Disney, Instagram, SpaceX und DHL. Beginnen tun wir mit Opera, dem Browser. Und ja, da gibt es jetzt schwere Vorwürfe. Und vielleicht weiß es nicht jeder, Opera, die haben viele immer noch nach Skandinavien vernordet und zugeordnet, aber die gehören schon seit 2016 dem chinesischen Konsortium Golden Bricks Silk Road Equity Investment Fund und sind auch an der US-Börse Nasdaq gelistet. Tja, und da gibt es natürlich Regeln. Und jetzt untersucht eine Anwaltskanzlei, ob Opera nicht gegen diverse Wertpapiergesetze und andere ungesetzliche Geschäftspraktiken verstoßen hat. Also gegen die Wertpapiergesetze verstoßen, die anderen durchgeführt logischerweise, denn gegen ungesetzliche Geschäftspraktiken kann man ja nicht verstoßen. Die führt man einfach durch. Und was heißt das am Ende des Tages? Sprich, dass man ja intransparent praktisch Geld zu anderen Firmen rübergeschoben hat, die dem gleichen Besitzer gehören, beispielsweise. Also, da wird jetzt untersucht. Es gibt noch keine wirklich 100% konkreten Beweise. Von daher für den Angeklagten erstmal. Aber wir halten da weiter ein Auge drauf. Nächstes Thema. Bleiben wir in China. Huawei. Die sind ja praktisch von Google abgekattet und dürfen aufgrund der schwarzen Liste in Amerika ihre Telefone da nicht verkaufen, dürfen keine Google-Dienste einsetzen und ihr wisst Bescheid. Ja, wir haben jetzt zumindest einen neuen Partner gefunden für das Thema Karten und Navigation. Denn klassischerweise auf Android-Smartphones hat man natürlich Google Maps. Das gab es nicht mehr. Und jetzt haben sie als Partner TomTom. Die kennen ja bestimmt viele von euch noch als Navigationsgerätehersteller für Autos von vor 20 Jahren. Die gibt es immer noch. Und ja, die machen jetzt entsprechend die Karten, die Navigation und auch die Verkehrsinfos für Huawei-Geräte in der Zukunft. Nächstes Thema. Disney. Die haben ja große Teile des Konzerns 21st Century Fox übernommen. Da gehören ja diverse Filmstudios dazu und auch Fernsehsender. Und jetzt fängt es an. Sie entfernen den Markennamen Fox. Also Fox soll nicht mehr großartig auftauchen. Beste Beispiel ist aktuell Fox Searchlight Pictures. Das ist ein Filmstudio, was eher so kleinere Filme produziert, die dann halt auch meinetwegen einen Oscar gewinnen können. Eben nicht diese großen Blockbuster. Das heißt jetzt einfach nur noch Searchlight Studio. Und auch die klassischen 20th Century Fox Studios. Die kennen viele hier mit der Trara-Melodie am Anfang. Mit den goldenen Schriftzügen. Zum Beispiel bei dem ersten Star Wars gab es die noch. Die heißen jetzt einfach nur noch 20th Century Studios. Also Fox wird durch Studios ersetzt. Sprich Fox kommt weg. Und es gibt noch diverse Fox Properties in Disney-Konzernen. Und ich denke mal, im Laufe des Jahres wird das da auch alles geändert. Bei den Fernsehsendern überlegt man sich wohl auch komplett einen neuen Markennamen einzuführen. Und jetzt kommen wir zu Instagram und IGTV. IGTV, das ist ja der YouTube-Konkurrent von Instagram, vor ein paar Jahren gelauncht. Und es kommt raus, nur 1% aller Instagram-Nutzer haben sich überhaupt die IGTV-App runtergeladen. Das hat Instagram ja auch schon früh erkannt. Und hat deswegen prominent in der Menüleiste oben rechts den IGTV-Button in der Instagram-App eingeführt. Und den nutzen anscheinend wohl auch nicht viele Leute. Denn der wird jetzt endlich, weil viele Leute sind genervt, endlich wird dieser jetzt entfernt. IGTV wird aber nicht eingestellt. Aber man zeigt schon, irgendwie so richtig läuft das nicht. Es wird ein bisschen mehr ins normale Instagram integriert. Man findet es weiter auf dem Explore- bzw. Entdecken-Button. Also in der Area von Explore und Entdecken. Man wird auch weiter wahrscheinlicher IGTV-Content in sein Feed gespült bekommen. Und Hinweise. Aber der Button ist erstmal weg. Das ist schon mal ein schöner erster Schritt. Denn der weicht überflüssig meiner Meinung nach. Ja, schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwann die ganzen Features irgendwie in Instagram einfach drin sind. Die funktionierten. Und IGTV dann der Vergangenheit angehört. Also ein YouTube-Konkurrent wird das meiner Meinung nach nicht mehr. Und neue Woche, neue Nachricht von Elon Musk. Das ist ja schon fast eine Tradition bei uns hier. Der hat jetzt bei einer Pressekonferenz nach den Tests zu seinem SpaceX-Weltraumprogramm die Infos gegeben, wann es denn jetzt endlich mal bemannte Raumflüge von SpaceX geben wird. Bis jetzt waren die alle unbemannt. Und jetzt haben die entsprechend die Hardware getestet, sind guter Dinge und planen, für zwischen dem April und die Juni die ersten bemannten SpaceX-Raumflüge durchzuführen. Diese führen dann zur Internationalen Space Station. Und wir sind gespannt, ob das auch wirklich passieren wird. Eventuell wird ja auch mal wieder verschoben. Das kennen wir ja auch schon generell aus dem Weltraumprogramm, dass da nicht immer alles pünktlich läuft. Und letztes Thema für heute DHL. Der Paketdienstleister testet neue Packstationen. Packstationen sind ja die Stationen, wo DHL seine Pakete reinliefert, wenn man das gern möchte oder wenn man zu Hause nicht antreffbar ist. Und dort kann man auch Pakete nach, ja, zurückschicken, frankierte irgendwo hinschicken oder retouren. Und das sind im Regelfall ja riesige Kästen mit diversen Einschüben unten im Display. Und man hatte ganz früher auch so eine Packstation Karte. Mittlerweile können die Geräte, die, glaube ich, auch schon gar nicht mehr lesen oder noch mit dem Barcode haben, gar kein Kartenlesegerät mehr. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Und jetzt gibt es bald die ersten Packstationen ohne, komplett ohne Display. Und die werden nur mit einer App bedient. Also man muss die App haben. Und dann kann man da entsprechend sein Fach öffnen, sein Paket rausnehmen. Was man noch nicht kann, ist entsprechend Pakete von dort aus versenden, also auch retouren. Daran arbeiten sie wohl noch. Und falls ihr so eine Packstation in eurer Gegend habt, dann schickt doch mal irgendwie einen Hinweis auf Twitter oder schreibt was in die Shownotes. Ich habe hier noch keine entdeckt. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Bleibt positiv. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Habt einen großartigen Montag und einen großartigen Start in die Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.